Es gibt einen bestimmten Block. Wenn dieser abgebaut wird, wird einer von den 100 Spielern einfach gebannt. Oh, Dommelmann hat sich selber gesagt. Ja! 42, 41, 40, 39, 37, 39. Oh mein Gott, was passiert hier? Im Großen und Ganzen kann ich jetzt, glaube ich, mal sagen, dass wir das dümmste Stream-Event aller Zeiten aufgebaut haben. Wir whitelisten euch gleich alle. Subs first, as always. Das ist der einzige Fall, wenn meine Subs noch was zurückbekommen, meine Freunde. Die kriegen weder gute Unterhaltung bei mir, die Subs, noch kriegen die irgendwas an Special-Content. Deshalb dürft ihr zuerst gewidmet werden, die anderen kommen danach. Ja, okay, okay. Wir haben heute folgendes vor. Wir haben hier eine wunderschöne Map mal wieder, ja. Eigentlich sieht ja alles ganz normal aus, ne. Also wir sehen hier auf jeden Fall, wir haben hier unsere Spawn-Plattform. Hier sind alle Spieler drin. Wir haben hier einen Wald, wir haben eine World-Border, relativ klein das Ganze hier. Alles so weit ganz cool, ne. Ihr kennt das ja, ihr kennt das ja. Also wir haben das immer relativ abgesteckt. Wir machen von mir jetzt die World-Border noch ein bisschen größer, damit wir da ein bisschen mehr Platz haben. Machen wir mal 150 dazu, so haben wir eine riesige World hier. Könnt euch austoben, alles ganz toll, ne. Ressourcen sind alle normal, alles ist soweit in Ordnung, meine Freunde. Bis auf eine Sache. Diese eine Sache ist vielleicht ein bisschen random, vielleicht ein bisschen retarded, vielleicht ist es gar nicht so lustig, wie wir uns das vorstellen. Aber es gibt einen bestimmten Block, der, wenn er abgebaut wird, und ich möchte jetzt nicht sagen, welcher Block es ist. Ich meine, die Leute, die das Video hier sehen, die wissen bereits Bescheid. Die Leute, die jetzt aber gleich spielen, die wissen das nämlich nicht. Es gibt einen bestimmten Block. Wenn dieser abgebaut wird, wird random einer von den 100 Spielern einfach gebannt. Und er kommt auch nicht mehr auf den Server drauf. Das heißt, er wird nie wieder entbannt. Ihr könnt jetzt auch gerne mal im Chat raten, welcher Block das sein könnte. Ich werde auf jeden Fall dazu nichts sagen. Vielleicht findet ihr es irgendwann selber heraus. Ach, Mann. Tobi, Mann, verdammt nochmal, warum bist du so dumm? Warum sagst du denn... Oh, Junge, Alter. Das war Spaß. Es ist nicht so, dass der Spieler, der den Block abbaut, gebannt wird, sondern irgendein Spieler. Also es ist nicht der Spieler, wenn ich jetzt angenommen... Ja, es ist angenommen, wir sagen mal, es wäre jetzt hier Glas. Ja, so. Und ich baue jetzt Glas ab, dann bin ich nicht derjenige, die gebannt wird, sondern vielleicht Magic Flower oder Tim ist Tim. Ja? Und der wird dann gebannt. Die IP ist übrigens, meine Freunde, streamevent.rewindzeit.tv. Ich bin mal gespannt, ob ihr herausfindet, welcher Block das ist. Ich glaube, das dürfte gar nicht so lange dauern, weil ihr alles ziemliche Geier seid. Wollen wir es natürlich passieren lassen, Tobi, oder wollen wir ein bisschen darauf pushen? Was sagst du? Ich würde es erst mal starten das Event und vielleicht sagen, dass einer schon nah dran ist oder weißt du? Gut, also der Gewinner, der heute als letzter da ist, der kriegt absolut gar nichts. Weiß nicht warum, aber hat mich einfach sehr glücklich gemacht. Aber Tobi darf weiterspielen hier auf dem Server. Warte mal, was denn, wenn wir gebannt werden, Tobi? Wir haben einen Admin, ich glaube, das geht nicht. Sicher? Ja, dann entbannen wir uns einfach. Okay, you cannot ban this player. Okay, 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 gut, gut, gut. Digga, das wäre ja komplett dumm. Da hätten wir niemals das Video machen können. Wie gesagt, streamevent.rewindzeit.tv. 1.14.4. Kommt jetzt mal ran. Hier. War cool, oder? War ein guter Reim, Tobi. Der war absolut schlecht, weil das ist einfach zwei Buchstaben, die sich gleich anhören, aneinander gemacht. Hier und hier? Ja. Gut, weiß ich jetzt nicht an der Stelle. Ich nehme an, dass die Spieler das sicherlich gut gebrauchen können. Wenn ich hier ein paar Eier reinwerfe, die werden sich darüber sicherlich freuen. Gut, Tobi, ich würde dir auch bei meiner besten helfen, aber ich muss ein bisschen was anderes gerade machen. Ich muss dir mal eine Maschine bauen, okay? Und was baust du für eine Maschine? Eine Maschine, eine wichtige. Die für die Wissenschaft. Das sieht nicht wichtig aus, was du da baust. Das ist für die Wissenschaft, bitte, okay? Tobi, bitte. Ne, ne, ich hätte gerne gewusst, gegen was das hier helfen soll, was du gerade machst. Das ist eine Maschine. Du brauchst keine Glocke, die Eier nach unten wirft. Nein, natürlich nicht. Du musst... Das ist eine Maschine. Achtung und los geht's. Ach Gott, Tobi. Die Maschine funktioniert, Tobi. Gut, Tobi, mein Experiment hat funktioniert. Die Leute haben jetzt genügend Essen. 18, Leute, dann ist der Server hier dicht. Jetzt nochmal alle ganz kurz hier mit Ausrufezeichen Prime reinzaben, meine Freunde. Dann, äh... Ja, dann habe ich ein bisschen mehr... Also habe ich halt mehr Subs als vorher. Richtig. Und ihr seid auch dann Sub. Ja. 95, Leute, das reicht. Und... Jawohl. Wir müssen doch starten, ne? Wir müssen doch starten und machen. 2, 1 und jetzt... Jo, lauft meine Freunde. Lauft meine Hasen. Ihr dürft raus. Das Event wurde gestartet. So. Es geht los. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Fangt euch einfach mal hoch und ich gebe euch ein kleines Shoutout. Für denjenigen, der mir zuerst ein Dia bringt, für den habe ich eine kleine Überraschung. Also ihr habt auf jeden Fall schon mal festgestellt, der Block, der euch bannt, ist tatsächlich nicht der Erdblock oder der Holzblock. Das ist schon mal ganz gut. Wer mir zuerst, wie gesagt, ein Dia findet, der kriegt von mir auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes. Da freue ich mich drauf. Und der hat auch gute Chance hier im Event noch voranzukommen, sag ich mal. Das stimmt. Also ich sag mal... Am Ende gibt es nämlich nur... Was denn? Nicht Spoiler-Lan. Falke, du darfst doch hier runter. Also du kannst... Helf dir einfach mal. Ich habe ihn umgebracht. So, Hausi, komm. Ab hier. Und runter. Und runter hier ist hier. Komm, runter. Hey, runter hier. Wer findet zuerst die Diamanten, meine Freunde? Und wer verbrennt zuerst einen Hund? Ich bin's. Ich habe Dias. Okay. TP. Ja, ich... Gringo, 88. Ja. You have been gnomed. Bleib stehen. Bleib stehen, Gringo. Bleib stehen. Was machst du hier? Ich habe keine Ahnung, hey. Ganz ehrlich, Leute. Ich kann euch ja mal ganz kurz einen kleinen Hinweis geben. Ich sage es jetzt einfach mal so. Wenn ihr alle zum Spawn kommt, ich habe da was für euch. Ich stelle da was auf, okay? Wer jetzt einen Eisen-Pickaxe hat, darf mal gerne zum Spawn kommen, meine Freunde. Hier sind nämlich auf magische Art und Weise Diamantadern entstanden. Oh, oh. Also ihr könnt jetzt gerne... Nicht mit der Holzspitacke. Du kannst die nicht mit... Berlin, was geht. Du kannst die nicht... Ist das dein Skin denn, Alter? Hat der eine Glatze? Die bauen das jetzt so ab. Also... Ihr sollt das nicht mit einer Steinsp... Ihr habt Holzspitzhacken, verdammt nochmal. Wieso nehmt ihr denn keine... Warum macht ihr das? Irgendwer von euch hat jetzt eine Eisenspitzhacke. Ihr sollt euch nicht gehen, dass ich Ohr ringen. Oh, einen hat's erwischt. Oh, oh, nein. Magic Flower wurde gebannt. Oh nein. Ist das etwa so, wenn man... Wenn man Diaz abbaut, dass man gebannt wird? Aber Random-Spieler werden gebannt. Aber Random-Spieler werden gebannt, wenn man Diaz abbaut. Oh, oh. Das ist ja mal ein cooles Event. Und der letzte... Ihr könntet ihr dich mit der Hand abbauen, Mann. Oh, Schottix. Du hast Diaz. Hier, komm. Bau mir Diaz ab. Bau die Diaz ab. Komm, bau sie ab. Bau sie ab. Komm. Komm, hier. Bau die Diaz ab. Hier. Hier ist eine Spitz. Oh, nein. Guck mal, da werden Insel-Leute weggebannt. Komm, bau die Diaz doch ab. Bau doch die Diaz ab, Mann. Oh, Gott. Die bannt hier gerade alle. Leute, ihr müsst einfach die Diaz abbauen. Ihr selbst könnt nicht gebannt werden. 80 Spieler. Ja, wer zuletzt überlebt, meine Freunde, der hat den Preis gewonnen. Es wird immer ein Random-Spieler gebannt, sobald Diamanten abgebaut werden. Ah, hier, Jesus. Guck mal hier. Ich hab eine Überraschung für dich. Noch mehr Diaz für dich. Schau mal hier. Bitte schön. Chaotisches weg. Oh, nein. Oh, nein. Elementar Gaming. Nick on Minecraft. Oh, nein. Rainbow Stone, Lasse. Lasse. Oh, nein. Lulian. Och, Bimsek. Oh, Mann. Die sind doch alle weg. Wie viele Leute haben wir noch auf dem Server jetzt gerade? 72 Spieler sind auf dem Server. Och, Mann, Leute. So ein Bullsh** aber auch. Da müsst ihr wohl Diaz fahren, damit ihr überlebt. Ich bin gespannt. Warum ist Don Balbaro noch da? Was zum Teufel? Was soll das? Das ist der Nächste. Baut jetzt gerne Diaz ab, meine... Ich meine, klar, ihr könntet aufhören, Diaz abzubauen. Aber ich sag mal so. Der Spieler, der die meisten Diaz abgebaut hat, der kriegt am Ende einen großen Preis. Und zwar, ein Monat lang die Handynummer von Tobi. Nice. Nein, das war nicht der Plan. Das haben wir besprochen. Das war nicht der Plan. Das haben wir besprochen. Meine alte Nummer. Das haben wir besprochen. Nein, wir können es nicht machen. Das haben wir doch besprochen. 01737... 01737... Ja! 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 Wie geil! Geil, Alter! Alles auf! Wie nice! Der hat sich selber gebannt! What the f... Ah! Sehr geil, Alter! Der hat sich einfach selber gebannt, weil er den Dia abgebaut hat. Das war's! Momentan haben wir auf dem Server noch 65 von 100 Leuten. Meine Freunde, die Jagd an die Diamanten ist weiterhin eröffnet. Bitte die Diamanten weiterhin abbauen, denn wer jetzt die Dias farmt, der kriegt die Dias in den Darm. Was? 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 Tobi, ich würde sagen, wir... Ach, wir beschleunigen das Ganze nochmal. Wir gehen nochmal hin und verpacken ein paar... Och, da wurde schon wieder jemand gebannt. Och, nein. Ich hab ein paar auf der Overworld verteilt schon, also am Rand der Overworld und mittendrin. Es gibt so ein paar Diamanten, die findet ihr auf der Overworld, ne? Und dann gucken wir einfach mal, wer das Ding jetzt hier nach Hause holt, Alter. Oh, hey! Digga, das ist so geil, dass gerade Don Balbalu sie selber gebannt hat, ne? Oh, Junge, Junge, Junge. Nur noch die Hälfte der Leute gleich da, Wahnsinn. An der Overworld gibt's ne Menge Dias, meine Freundin, der Spieler, der überlebt und mir am Ende die meisten Dias präsentiert, der kriegt, wie gesagt, Tobis Handynummer. Das war immer noch nicht der Plan. Das ist der Plan von vornherein ge... Das ist nicht der Plan. Leo, hier Tobis Handynummer einmal im Video einblenden. Hey, Vsauce, Michael hier. 51, 49, 48, oh mein Gott, 48, Tobi 47. Was ist der, was machst du? Fuck, hier ist gerade, hier ist gerade, ich hab sehr viele Dias halt hier platziert. Ach so, warum? 42, 41, 40, 39, 79. Oh, 36. Oh mein Gott. 35. Was passiert jetzt? Hört auf, schreibt der. Und er ist weg. Er schreibt, schreibt, er hört auf und wurde gebannt. Oh, dann ist er weg. 31 Spieler, holy sch***. PG Meister, guck schnell, was soll ich schnell gucken? Was denn? Was soll ich schnell gucken? Prank. Er schreibt Prank, er hat dich geprankt. Lesch, Ban, Meister. Der wurde jetzt auch gebannt an der Stelle. Oh mein Gott. Metz, die, würde er sich selber bannen? Er hat's überlebt. Er hat's überlebt. Melo auch. Digga, die Namen kennt man alle. Dafür kriegst du noch ein paar mehr Dias. Guck mal hier, weil du's geschafft hast. Metz, die, warte, bleib stehen. Hier, bau die Dias ab. Komm, trau dich. Wand er sich selber? Wir machen am Ende ein 50-50-Match. Die letzten zwei, die machen wir in die Mitte. Ah, Digga. Oh mein Gott. Und ein Diamant ist dann da. Okay, 17 Spieler noch am Start, Leute. Einem Sandtags, einer der OGs noch hier. 16 Spieler. Berlin, was geht, wurde gerade auch gewandt. Der Typ, der eben versucht hat, einen Diamant mit der Holzackel abzubauen. Ja gut, der... Digga. Ein riesiges Shoutout, by the way, jetzt mal unironic. An der Stelle an das Revi-Team, die wir wieder hier ein komplett eigenes Plugin gecodet haben für dieses Nonsense-Event. Finde ich richtig, richtig nice. Gringo88 ist immer noch da. Der hat hier vorne... Revi stinkt. RIP, Gringo88. Der hat hier vorne einen P*** gebaut. Hier, komm. Trau dich, trau dich, Gringo. Hast du Eier? Wenn du Eier hast, baust du sie ab. Nicht mit einer Holzspitzhacke. Hier. Hast du Eier, Gringo? Hast du Eier? Hast du Eier? Komm, komm schon. Ja, mach. Ja, mach. Gringo, ich sag's nur so. Du wirst es überleben. Komm, bau ab. Oh, Fisani ist weggegangen. Oh, und Katzen hier. Leute, noch elf Spiele auf dem Server. Bomber HD. Komm, Gringo, hier. Jetzt gibt's hier einen Kampf am Spawnen. Oh nein, Gringo wurde umgebracht. Bomber HD, bau uns ab und... ...Hab dem Johnny erwischt. Hier am Spawnen gerade unlautlicher Kampf um die Deer Pickaxe, meine Freunde. Gringo 88 hier gerade wird komplett hops genommen, Alter. Der hat mit der Deer Pickaxe gegen einen Typen verloren, der keine Waffe hat. Oh nein, Bomber HD jetzt hier gerade, gerade knocked bekommen. Interessant, Gringo auf jeden Fall hier überlebt. Schafft er es? Oh nein. Das ist am Samtank schon wieder gebaut worden. Wie kann der... Hä? Warte mal, warum ist der... Der ist immer noch im Server. Moment mal. Hä? Der ist schon... Der ist immer noch in der Liste. Hä, was? Der ist ein... Ich kann mich auch zudem teleportieren. Stimmt. Aber der ist unsichtbar. Hat der Anti-Bahn oder sowas? Gibt's da was? Custom Zampaxe, hast du ein Anti-Bahn-Plugin bei dir installiert? Wier, deswegen wurde der immer wieder gebannt. Custom Zampaxe, hör auf. Hör auf. Ist ein Bug? Achso, okay. Okay, okay, okay. Aber der wird jetzt immer gebannt. Ich stelle weitere Deers am Spawn auf, Tobi. Das Battle geht weiter. Die beiden haben hier so einen geilen Kampf. Guck das dir mal an, was die machen. Okay, Achtung. Bomber HD. Ich gebe dir jetzt eine Möglichkeit, dich zu wehren. Hier. Hier, nimm die Spitzsacke. Du kannst jetzt unten die Deers abbauen. Du kannst ihn mit den... Oh, Ringo. Ringo, warum? Er kann die jetzt wegbannen. Oh, oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, immer noch nicht. Hier ist noch welche für dich. Hier, einer. Oh, oh. Der hat sich ein Deerschwert gemacht. Der hat sich einfach ein Deerschwert gemacht. Komm, ein von den... Er hat sich selber gewandt. Ringo. Ringo hat sich selber gewandt. Bomber HD immer noch hier. Last Man Standing, Alter. Ich glaube, die anderen haben alle noch einen Bug, oder? Bomber HD hat das Ding hier an der Stelle gewonnen. Grüße geht raus an dich. Bomber HD, du hast jetzt hier ganz viele Deers, die du als Belohnung abbauen darfst. Ganz viel Spaß hier dabei. Du bist der Sieger des heutigen Stream-Events. Das Equipment darfst du behalten dann. Ja, richtig, genau. Die haben sich alle ausgeloggt. Bomber HD, bau alle Deers bitte ab. Bau die Deers bitte ab. Bau die Deers bitte ab. Bomber HD, du hast gewonnen. Du hast gewonnen, Bomber HD. Er hat keine Picke. Wie, er hat keine Picke. Jetzt hat er. Und? Ja, schön. Er hat sich selber gebannt. Und damit, meine Freunde, hat Melode 145 gewonnen, weil sie gerade gejoint ist. Ich würde sagen, das war es von diesem kompletten Nonsense-Event. Wenn ihr Bock auf weiteren Bullschen habt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Das war es an der Stelle. Vielen, vielen Dank für das Revit-Team, die das ganze, die ganze Jause hier aufgesetzt haben. Und ich wünsche euch jetzt noch allen einen wunderschönen guten Tag. Macht's gut. Und heute Abend stream ich wieder, wenn dieses Video online ist. Also macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.